Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Spielen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Spielt, spielte, hat gespielt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich spiele, du spielst, er spielt, wir spielen, ihr spielt, sie spielen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich spielte, du spieltest, er spielte, wir spielten, ihr spieltet, sie spielten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe gespielt. Du hast gespielt. Er hat gespielt. Wir haben gespielt. Ihr habt gespielt. Sie haben gespielt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich spiele. Du spielest. Er spiele. Wir spielen. Ihr spielten. Ihr spielet. Sie spielen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich spielte. Du spieltest. Er spielte. Wir spielten. Ihr spieltet. Sie spielten. Den Schluss macht der Imperativ. Spiele du. Spielen wir. Spielt ihr. Spielen sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Werbspielen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.werbformen.de, www.werben.de, www.sprachlehre.de und www.satzep.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.